Hallo, ich bin Thilo Bock, Autor aus Berlin. Ich habe gerade meinen dritten Roman veröffentlicht, der Tempelhofer Feld heißt und tatsächlich ausschließlich auch dem Tempelhofer Feld spielt. Ein Ort in Berlin zu kennen, der nur Berlin an den Rändern hat. Also man kann sich einmal drehen und sieht ganz Berlin, aber man sieht vor allen Dingen viel Himmel, was in Berlin selten ist. Und deswegen finde ich, sollte es auch so bleiben.